Was geht YouTube? Wir sind zurück mit einem Aux Battle. Ich weiß, ihr liebt es, ich feier es, kommt super gut bei euch an und es ist natürlich geil, so mit seiner Community zu interagieren. Heute das größte Aux Battle, was wir je hatten. Ein 32er Aux Battle, ja, also 32 Teilnehmer in einem Turnier. Klassisches Aux Battle, keine Top 5. Jeder kriegt immer nach jeder Runde einen neuen Rapper. Wisst ihr, ihr kennt es, Chat. Brauchst euch gar nicht mehr sagen, ja. Der Gewinner kriegt heute einen 50er, 50 Euro. Ich bin sehr, sehr gespannt, wird ein langes Ding heute, sage ich, Chat. Ich küss eure Herzen, lasst dem Video einen Like, einen Kommentar, ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Wir sind zurzeit sehr konstant auf YouTube, es gefällt mir sehr gut. Wir machen weiter damit. Wir gehen rein! Was ist das für ein Turnierbaum, Bruder? Wir sitzen hier noch bis morgen früh und gebt euch das Rat. In dem Rat sind 116 Rapper drin. Also, genau, man darf keine Features und keine Top 5, also so, wie man es kennt. Dann lass uns anfangen, Chat, oder? Ken gegen Uri. Ken, du kriegst deinen Ersten. Wenn er jetzt schon direkt einen Banger kriegt, zum Anfang wäre krass. Ken kriegt... Okay, meiner Meinung nach, sehr krass, sage ich ehrlich. Ken kriegt Lucky, direkt zu Beginn. Uri. Boah, okay, Uri, du kriegst Bobby Van Damme. Wenn ihr habt, wer habt, sagt einfach. Ich glaube, ich habe direkt was. Hau raus, mein Bruder. Almost back. Almost back von Lucky? Okay, almost back von Lucky, Chat. Hau raus. Deo. Okay, warte. Schwierig, ich hätte ihn nicht. Okay, komm. Ähm, Obella. Abstimmung läuft, Abstimmung läuft, Abstimmung läuft. Direkt zu Beginn ein Brett in die Fresse, mein Bruder, ich sage dir ehrlich. Aber ey, Ken, du hast Lucky, ne? Ja, ja. Ken, weiter. Uri, hat mich gefreut, mein Bruder. Puxik gegen Vilon. Puxik mit dem ersten Pick, haben wir. Oh, Young Nudi hast du bekommen. Okay. Gib ihm. Puxik, du hast Young Nudi und Vilon, du kriegst jetzt... Warte. Don Toliver, das ist ein geisteskrankes Battle. Und jetzt kommt sehr krass darauf an, was ihr pickt. Keine Top 5. Der Typ, also Don Toliver oder Young Nudi dürfen nicht Feature sein. Attacke. Wenn ihr habt, haut raus. Äh, ja. Wen hast du? Don Toliver, 2AM. Oh, okay. Okay, das war Don. Wen hatten wir als Anderer, Young Nudi? Ich nehme einen Pressel Sprout. Pressel Sprout. Ja. Okay, Abstimmung läuft, Abstimmung läuft, Abstimmung läuft. Ernst knapp, ernst knapp, ernst knapp. Guck mal, guck mal, das kann dick genug flippen. Flippt, flippt behindert nicht mehr, Digga. Ich sag ehrlich. Da flippt gar nichts mehr, Chad. Da flippt nichts mehr, Digga. Vilon weiter, ne? Vilon weiter. Ja. Okay. Zeus gegen Omega. Jetzt wird's interessant. Zeus, du kriegst den ersten Pick, ja? Ja, okay. Top. Komm. Jetzt musst du abliefern, jetzt musst du abliefern, okay? Nicki Minaj. Das ist Nicki Minaj, okay, okay, okay. Omega, du kriegst, Omega und Zeus. Omega, du kriegst Drake. Das sind zwei sehr große Namen, muss ich sagen. Ich würde Chicago Freestyle von Drake nehmen. Chicago Freestyle von Drake? Genau. Okay, next up. Äh, ja. Keine Ahnung, Digga, Anaconda. Anaconda von Niki? Okay. Ja. Okay. Ja, mit Musikvideo wird der Stream hier beendet, Chad. Ich sag herrlich. Abstimmung läuft, Chad, Abstimmung läuft. Boah. Boah, close, close. Close. Das wird ein closest Ding, ich sag ehrlich. Ich hab gesagt, Chad, ihr seid blöd. Ihr dürft nicht Nicki Minaj underraten. Leute, die haten direkt. Ja, vorbei. Ich sag ehrlich, sehr knapp geworden. Sehr knapp geworden, ich sag ehrlich, Bruder. Aber GGs. GGs. Wer hat denn nochmal Drake von euch beiden? Omega. Ah, Zeus, Digga, fuck, ne? Omega, weiter mit dir, so. Utku gegen LSL, Digga. LSL auch crazy Name. Okay, LSL, ich nenne dich einfach LSL, okay? Ja, ja, passt. Easy. Du kriegst den ersten Pick. Du kriegst, oh, du kriegst, oh. Du kriegst Young Tuck. Okay, okay. Utku, du kriegst. Utku kriegt. Utku, hatten wir noch nie im Aux-Battle, glaube ich, Chef G. Ich hab, wer ist das? Wie, wer ist das? Wer ist das? Wie, wer ist das? Lan, hör Musik, Bruder. Digga. Bilde dich weiter. Ja, keiner kennt den. Du kennst den nicht, Bruder. Ich hab. Hau raus. We getting money. Are we getting money von Chef G? Ja. We getting money. Please don't know, Alec, you know me, cause we got the bad girl. Tell him, we getting money. Bitches don't know, Alec, they love us, gonna cheese for the... Okay, Young Tuck. Ich würde Jumped aus der Window nehmen. Yeah. All those bitches round, trying to chip me at my cup. Yeah. Okay, 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 okay. Abstimmung läuft, Chat. Abstimmung läuft. Abstimmung läuft. Also, ich fand persönlich, Chef G, We Getting Money, war ein geisteskranker Pick. Also, da hat der gerade Young Tuck gefickt Hilfe. GGs, Bruder. Chef G, hast du einen Baba-Pick gemacht? Sag ehrlich, mein Bruder. Udko, GGs. Ja, ja, GGs, Bruder. LSL, mach's gut, mein Bruder, hat mich gefreut. Auch ein, Bruder. Ciao, ciao. Hadi, Udko, weiter mit deinem Arsch. So, next up, Cedric gegen Primes. Cedric, du kriegst den ersten Pick, okay? Yes. Uh, du kriegst Migos, Cedric. Oh, shit, okay. Migos, okay. Primes kriegt... Okay, Primes kriegt Tay-K. Uh, Tay-K, okay, keine Top-5-Jungs, gib ihm. Ich nehm Malibu. Direkt? Okay, okay. I bought me a drop, drop. I'm switching out hoes and thighs. Switch out the thighs. I'm richie the whites. Richie, I made me an M on the spot. M on the spot. Boah. Was hast du für Tay-K, mein Bruder? I got a blast. Got a blast, okay. Yeah, my man's hitter, so I got a switcher. Yeah, my man's hitter, I let blast switcher. Okay, Abstimmung läuft, Chad. Abstimmung läuft, Abstimmung läuft. Ey, das tut mir so leid für dich, Primes, ne? Es war ein guter Pick, aber Migos war halt einfach ein besserer Pick, weißt du? Mhm. Oh mein Gott, wie traurig. Es tut mir echt leid. Dann Cedric, weiter mit deinem Arsch, okay? Elias gegen Sneaks. Okay, Elias, du kriegst erst einen Pick, okay? Mhm. Elias bekommt... Oh, war das knapp, du kriegst The Game. Sneaks kriegt... J. Cole. Alles klar. Interessantes Battle, meiner Meinung nach, sag ehrlich. Okay, haut raus. Ich nehm... Dreams. Okay, J. Cole? Äh, ich nehm... My Life. Okay. Boah! Abstimmung läuft, Chad. Boah, Bruder, wow, wurde so in den Arsch gefickt. Chad ist 13. 13. Das ist klar. Ja, Bruder, er nimmt Top 6 von J. Cole, was soll ich machen? Ey, Bro, ich bin ehrlich, ich bin ehrlich, ich bin nicht in J. Cole drin. Ich habe einfach irgendwas genommen. Er nimmt Top 6. Tut mir echt leid, Digga, ich tut mir wirklich leid. Allein, dass Leute geschrieben haben, wer ist The Game, tut mir echt leid, Elias. Sag wirklich ehrlich, abkorrekt. Alles. Oder habt dich sehr gefreut, Elias. Ciao, ciao. Sneaks mit dem Flugzeug-Headset, weiter. Next up, Chad. Oli gegen Nabil. Oli, du kriegst den ersten Pick, okay? Oli mit Anneli Chopper. Okay, ist okay. Nabil. Ah, ah, oh, 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 okay. Nabil, Lil Durk. Easy. Ja, okay, ich habe, ich habe. Hast du? Hau raus. Anneli Chopper mit Game Lord. Okay. Lil Durk, Nabil. Aha. Nimmst du Aha? Okay. Okay. Erstmal Abstimmung, Chad. Okay, oh, wird close. Wird close. Nabil, Chopper gewinnt, Bro. Ah, Nabil, raus mit deinem Arsch, Digga. Oli, weiter mit dir. Ciao, Nabil, Bro. Okay, Totti gegen Zoom. Totti, du kriegst den ersten Pick, okay? Totti mit... Oh, bitte enttäusch mich nicht. Yeet. Shibby, Shibby. Yeet, okay. Zoom kriegt, Zoom kriegt... Oh, nee, oder? Ken Carson. Das wird ein crazy Battle-Chat. Ja, Bruder, ich hab schon. Hau raus. Äh, Big Tonka. Okay, Ken Carson? Äh, ich würde Teen B nehmen. Ah, okay. Ich muss jetzt schon mal sagen, für die, egal welche Pics ihr bei Ken oder Yeet genommen habt, egal welche Pics ihr genommen hättet, ihr werdet totbeleidigt in den Kommentaren. Also, wenn ihr das lesen solltet, nimmts nicht persönlich, okay, Jungs? Ja, das ist spannend. Okay, wir gehen rein. Abstimmung läuft, Chat, Abstimmung läuft, Abstimmung läuft. Abstimmung läuft. Sehr gut, das ist Yeet geworden, mein Bruder, ne? Totti, du hast Yeet, ne? Ja. GGs. Zoom tut mir sehr, sehr leid, Bruder, aber... Oh, alles ist spannend. Mach dein Ding, ja. Ich küsse dein Herz. Sigma gegen Netsko. Äh, Sigma, du kriegst den ersten Pick, okay? Jo. Easy, Bruder. Sigma kriegt... Oh, du kriegst Pierre Bourne. Keine Ahnung. Nice, stark. Musik-Experte, by the way. Netsko, du kriegst... Sleepy Hollow. Oh, okay. Kannst du mitarbeiten? Kannst du mitarbeiten? Ey, wen hab ich noch mal? Du hast Pierre Bourne, Bruder. Ich geh mit Proof. Mit wem? Ich geh mit Proof. Digger. Also, Proof, okay? Ich hab's gehört, aber trotzdem, Bruder. Okay, okay, okay. Okay, Bruder, dein Headset ist Hammer. Ich küsse dein Herz. No shit, I just quit. Blue, quick, whoa. I just do this. Temple change, man, nur fit, whoa. Okay, Sleepy, Sleepy, hallo? Dann nehm ich Molly. Molly? Ja, perfekt. Digga, einfach auch peinlich. Einfach das Sechste daneben, ne? Pull out your camera, record it. Flexen, I do this shit off. Then remember back then, ain't had no money. Now I got racks in my pocket. Chat, Abstimmung? Äh, sieht nach Pierre Bourne aus, ne? Wer hatte Pierre Bourne von euch? Sigma, ne? Ich, ja, ja. Easy, okay. Sigma weiter. Nesco tut mir sehr, sehr leid, Bruder. Nächstes Battle, Sami gegen, äh, Kroawon. Sami, erste Pick, Hammer. Oh, okay, Sami, Pop Smoke. Kroawon, 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 du kriegst. Kroawon kriegt, oh. Lelusi. Attacke. Äh, ich hab eins. Mal raus, mal raus. Äh, Flexen von Pop Smoke. Boah, Digga. Okay, next, sorry. Uzi? The way, the way life goes. Wir gehen rein mit Uzi. Abstimmung läuft, Chat. Abstimmung läuft, abstimmung läuft, abstimmung läuft. So, so geistesgestört kann man nicht fambeln, mein Bruder, Herz. Ich sag dir auf korrekt. Ja, ja, ich hab dick reingeschissen. Sehr, sehr krass, mein Bruder, aber egal. Danke fürs Mitmachen, ja. Ja, ja. Easy, Sami weiter mit dir. GG, Sami weiter mit dir. Hier kann ich verstehen, wenn ich beleidigt werde in den Kommentaren. Ich kann's verstehen. Alter Schwede, okay. Okay, Justus und Felix. Äh, Justus, erster Pick für dich, okay? Jo. Okay. Dave. Felix kriegt, Felix kriegt, Felix kriegt. Oh mein Gott. Und das ist genau etwas, was Felix komplett gar nicht hört. Oh, 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 oh. Ich würd Verdansk nehmen. Verdansk? Von Dave? Ja. Mann, ich hab den scheiß Beat Drop verpasst, scheiß drauf. Äh, okay, next. Ich hätte Brotherly Love. Brotherly Love, also Bruderische Liebe. Abstimmung läuft, Chat. Ah, das war wenig klar, Digga, du hast gefummelt, das ist ja geilig. Ja, Bruder, der fluckt so. Justus weiter, Felix. Sorry, mein Brot. Danke dir. Uh, uh. Mila gegen Geekt. Okay, Mila kriegst erst einen Pick, okay? Oh, okay, Mila, du hast Reezy bekommen, okay? Okay. Geekt kriegt, oh, okay, Underground Pick. Was heißt Underground? SSG Kobe. Ah, okay, okay. Gib ihm, gib ihm Geekt, okay? Okay, okay, ich hab einen. Das ist so ein bisschen auf Chile, Aftershow. Okay. Okay, ich sag am Ende was, ich sag am Ende was. Geekt, was hast du? Bruder, ich kenne mich, ich hab FMF. Okay. Abstimmung läuft, Chat, Abstimmung läuft, Abstimmung läuft. Ich sag gleich was dazu, ich sag gleich was dazu. Abstimmung läuft, Abstimmung läuft. Es ist Reezy, ja. Mila weiter. Ich will zu dem Pick was sagen und zwar mutiger Pick. Ja, ich... Ich find geiler Pick und ich muss sagen, Digga, auch ein Pick für meine Playlist. Ernst. Egal, okay. Mila weiter. Geekt, danke fürs Mitmachen, mein Bruder, ja. Erei gegen Teen. Uh, okay. Erei, erster Pick, okay? Erei kriegt, Erei kriegt... Aha. YNW Melly. Wer ist das lang? Und das ist halt dann halt... Bruder, Erei, 80% der Rapper, die hier dran kommen, ich seh immer du im Chat, wer ist das? Ernst. 80% der... Ich weiß nicht, warum du überhaupt mitmachen willst. Du kennst fünf Rapper. Teen kriegt... Teen kriegt... Teen, du kriegst Liliardi. Boah, nehm ich mit, nehm ich mit. Gib ihm, Bruder, mach was du willst damit. Okay. Ja, ich hab eins. Hau raus, mein Bruder. Mit Selbstbewusstsein. Virtuell oder so. Virtual, kann ich ganz rausspielen. Von YNW Melly, okay? Geil. Okay. Liliardi? Ich geh mit Flex ab. Abstimmung sagt... Boah, Erei, mein Bruder. Gigi's. Gigi's Erei. Ja. Auf korrekt. Luis gegen Dennis. Luis, du kriegst den ersten Pick, okay? Nicht. Luis, du kriegst... Boogie. Oh, ne, Digga. Dennis kriegt... Dennis kriegt... Blueface. Bruder. Dennis, schaffst du, Bruder. Hätte auch fast apology werden können. Er soll als erstes machen. Ich bin hier... Junge, ist das ein Riesending, Pat, ey? Bleed it. Bleed it, bleed it, komm. Bleed it. Okay, Boogie? Ich nehm... Äh... Ski-sas. Ski-sas. I gotta stay with the 90s days. Bitches that get niggas lying these days. And I ain't now with all the drama, ey. Poppin' just for movin' waki, ey. Abstimmung läuft, statt. Abstimmung läuft, abstimmung läuft. Einer sagt, 12 bin besser, Digga. Und so ne, Leute... Okay, knapp, ey, knapp. Oha. Kann flippen, Jungs. Junge. Flip behindert nicht. Na, na. Dennis Kopf hoch, ja. Bro, was soll ich mit Blueface noch besser machen? Ey, Dennis, GG, ne? Bro. Adrian gegen Elfisch. Küsse eure Herzen, Jungs. Oh, ja. Adrian kriegst Pick. Adrian kriegt... Easy. Er kennt ihn bestimmt nicht. Ich prädicte, er kennt ihn nicht. Kriegst Summers, okay? Oh, go. Okay, 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 nicht gesagt. Äh, Effe kriegt... Easy, easy. Juice! Ah! Ja! Juice, woher ist es gekommen? Einer kommt, ey, boah. Einer kommt. Okay, ich hab... Fangen ich an, wo fängt er an? Hau raus. Schon 10 feet von Juice. Extra nicht so diese Mainstream. Ja, ja, Bro, du bist die 1. A bunch of bad habits with bad magic. Can't disappear and reappear in the same city. So I'm bad at it. Okay. Ähm, was war nochmal andere? Was war nochmal das andere? Summers. Summers, hau raus. Äh, Calico from Mexico. Okay, wir gehen rein. Summers. Abstimmung läuft, Chat, abstimmung läuft. Ja, scheiß, hoffe ich, ja. GG ist Effe, Bro. Oh, GG. GG Effe, Kopf hoch. GG, GG. Alle Mods heute gefallen. Next. Chaval, Hancho. Chaval, 1. Pick, okay? Chaval kriegt... Chaval, du kriegst Ice Spice. Hancho kriegt... Polo G. Also haut raus dann einfach. Bikini Bottom. Bikini Bottom von Ice Spice, okay. Okay, next. Von Polo G. Ähm, ich nehm ne Rackett. Pull out my Feezy, hit record, turn on the flag. Abstimmung läuft, Abstimmung läuft, Abstimmung läuft, Chat, Abstimmung läuft, Chat, Abstimmung läuft. Chaval, mein Bruder, hat mich gefreut, ja? Okay, Chat, wir haben die 32er-Runde hinter uns. Wir gehen jetzt in die 16er-Runde. Wir machen hier Speed, Chat. Ken gegen V-Lone, hadde. Okay, Ken, du kriegst Ersten. Oh, okay, jetzt bin ich gespannt, was du da pickst. Bei Two Chains. Krieg ich hin. V-Lone kriegt, V-Lone, oh. Oh, okay, bin ich auch gespannt, was du pickst. Keine Top 5, Chief Kief. Ich hab einen. Hau raus. Äh, Laughing to the Bank. Okay, Ding, andere, was war noch andere? Ich, den Bikki Mons von Two Chains. Abstimmung läuft, Abstimmung läuft, Abstimmung läuft. Boah, das so mit Lachen ist hart. B-Lone hat mich sehr gefreut, aber Ken, für dich nochmal. Omega gegen Utku. Okay, Omega, du kriegst Ersten Pick, okay? Omega, oh, okay, Offset. Okay. Utku kriegt, Utku kriegt. Asap Rocky. Good job. Hau raus. Äh, Lord Pretty Flacco. Äh, yo, keine Ahnung, wie man das ausschrichtet. Got me reminiscing by my whole day. Three, six, sucker, nigga, dick, no foreplay. All day, booming up the trap through the hallway. Okay, Offset. Äh, ich nehme Legacy. Mit Travis. Ja, genau. See you in a minute, I see you with a million in a rose, it's running, rose. Nigga, try to try me like I was a gimmick, exposed. Now I got a number one and a Heming. Abstimmung läuft, Chat, ich sag nix. Ich sag nix, Abstimmung läuft, ich sag gar nix. Also ich muss sagen, ich fand Asap Rocky eigentlich besser, Digga. Das ist echt crazy. Persönlich. Ja, Omega dann weiter mit deinem Arsch, ne? Jo. Okay, next, next, next. Cedric Sneaks, was geht? Erster Pick, Cedric kriegt, oh, 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 oh. Travis Cedric. Oh mein Gott. Digga, Hilfe. Du kannst nur beleidigt werden. Sneaks kriegt. Ich hab Angst. Alles gut, sneaks, sneaks, sneaks. Nein, 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 nein. Oh Gott, okay, okay, okay. Nichts, bitte. Jetzt, jetzt muss ich dribbeln. Ja, ich würde, ich würde einfach sagen, 9-0-2-0. Crow, was, äh, was geht Crow? Digga, muss ich eigentlich noch irgendwas sagen? Willst du's, sag einfach, komm, auf lachen. Boah, also ich ganz, ich nimm einfach du, fertig. Sie will nach London, Paris, einfach raus in die Welt und smile. Und jeder Klub spielt ihr Lieblingslied. Was sagt die Abstimmung? Digga, nein, 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 sag nicht, sag nicht, nein. Er setzt mich. Nein, 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 das ist too much, das ist too much. Ey, Cedric, ich will echt kein Fitness schieben, ne, aber mit Travis zu verlieren ist schon tough. Also man muss, aber man muss sagen, der Pick von Snicks war geistesgestört. Ey. Auch so ein bisschen Nostalgie und, Bruder, krass, ernst, ich bin sehr auf die Kommentare gespannt. Legenden-Song. Aber egal, ey, Cedric, danke fürs Mitmachen, ja. Next, Oli gegen Totti. Oli, du kriegst YG. Totti kriegt, Totti kriegt, Totti kriegt. Babyface Ray. Und da springt Nabil hoch und runter. Ja, ja, okay, ich hab, ich hab. Hau raus. Äh, Big Bang. Okay, direkt rein. Okay, 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 Babyface Ray, was hast du da? Ich nehm Fake Love. Okay, Fake Love. Abschlimm geläuft, Digga, okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, es war mir ein bisschen klar, glaube ich, sag ich ehrlich. Mach's gut, mein Bruder. G's, bro. Totti, weiter, HD. Next up, Sigma gegen Sami. Bin ich sehr gespannt. Ähm, Sigma kriegt, oh, Sigma, du kriegst, also, Baby Santana. Sami kriegt, Sami kriegt, Sami kriegt, Sami kriegt, oh, 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 oh. Nicht fambeln, Bruder, G Herbo, okay? Bin so gated. Ah, ach, man. Ich mach Hell, ja. Hell, ja. Okay. Okay, okay, next, G Herbo. Try no more, Sekunde 14. Okay. Abschlimm geläuft, ey. Ja, es sieht clear aus, bro. Ja, GGs. GGs, bro, GGs, Sami. Aber egal, Saka, äh, Sigma, gut gemacht. Krass. GGs. GGs, 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 weiter mit deinem Arsch. Wir machen weiter. Justus gegen Mila. Okay, Justus, du kriegst erst einen Pick, okay? Äh, Digga, also, Nabil hat hier Namen drin, ne? Ich sag dir ehrlich, ich kenn ihn selber nicht. Mila kriegt, Mila kriegt, oh, okay, bin ich gespannt. Forty to Duck. Oh, okay. Mach raus. Ja, ich glaub, man kann, wenn nicht Top 5, ich nehm Bye-Bye von ihm. Okay, wir gehen rein, ich kenn ihn nicht. Mila, was hast du? Schwierig. Einfach raus und gib ihm. Alles, was ich feier, sind Feature. Ja, ich hab eins gefunden, das, okay, das heißt Tripping. Baby, necking like she fucked with me, can't trust that bitch. Even at the heart of Luis, grimm as fuck that bitch. Abstimmung läuft, ich bin sehr, sehr gespannt, Digga. Aber es sieht nach Forty to Duck aus. Ey, ähm. Ich hab's echt kurz überlebt, Forty to Duck zu nehmen. Mila weiter, Justus hat mich gefreut. Ja, ich küsse deine Arsch. Okay, next. Was geht, Luis, was geht, Tien? Erste Pick kriegt Tien. Krieg's, boah, Eminem, Tien. Nein, oder? Er sagt nein, Digga. Eminem. Luis kriegt, oh, Chargis. Er wird nichts damit anfangen können, Chat, nichts. Wer? Chargis, Jakab. Na, beerdet ich. Haut raus, wenn ihr einfach habt. Egal, ich geh einfach mit Stan. Scheiß auf alles. Wow. Okay, andere? Rock mal, Shit, Part 3. Abstimmung läuft, Chat. Digga, du wurdest einfach geguckt von Chargis mit Eminem, Tien, mein Bruder. Ey, ich würde... Yes. Nicht. Und Luis kannte ihn nicht mal. Ich hätte so gern Chargisi gehabt sogar. Shit. Nächsten sind Adrian gegen Hancho, Chat. Bevor das Finale ist, Chat, wird's nochmal ein Giveaway geben, damit ihr Bescheid wisst. Adrian, gib ihm. Adrian kriegt... A-Trek mit Babytron, okay? Passt. Passt, super. Geil, ey, A-Trek, du gefällst mir, ernst. Hancho, du kriegst... Hancho kriegt... Kodak Black. Oh, ist gut. Haut raus, Jungs, gib ihm. Äh, Tunnel Vision. Tunnel Vision. Kodak. Okay. Next. Äh, ich nehm Manute Ball. Manute Ball. Abstimmung, Abstimmung, Abstimmung. GG's A-Trek, Digga. Das hast du aber gut geschlagen, Bruder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, mein Bruder. Hat mich sehr, sehr gefreut. Okay, V-Lone Omega, was geht? Ersten Pick kriegt V-Lone. V-Lone kriegt... Paschanim. Ja, okay. Omega kriegt, Omega kriegt, Omega kriegt. Das ist R-Lone. Ja, f*** ich doch. Ey, 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 es ist gut, es ist gut, Jungs. Komm, komm, es ist ein gutes Battle. Äh, ich hab von Paschanim 2019 Just Bar's Remix. Okay, das ist R-Lone. Jetlagged. Okay, ich sag ehrlich, wird sehr, sehr interessant jetzt die Pics. Komm. Ich bin sehr, sehr gespannt. Okay, ich wusste, es wird knapp. Es wird 100% knapp. Boah, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich hab schon abgeschrieben, als du... Als er das, als er Lone bekommen hat. Ja. Oh mein Gott, Bruder, wie knapp war das denn, Digga? Oh mein Gott, Digga. Bruder, wie knapp war das? Oh mein Gott, Alter. Digga. Oh, was? Ich hätte safe turnin' up genommen. Digga, tough. Das sind zwei Votes gewesen, Mann. Tough, ich sag ehrlich, ey, GGs, äh, Ding. GGs, safe, safe. GGs, dick ist GGs. GGs auch, Digga. Äh, Vilon, du hat's, Vilon, du hat's Paschan, ne? Ja, genau. Alter, ich sage, das war sogar mein Lieblings-Siedos im Album. Digga, wie knapp war das? Okay, ey, wir machen weiter. Sneax. Gegen Totti, was geht, Jungs? Sneax, du kriegst Ersten. Sneax. Okay, okay. GG ist aber ein Vilon, Digga, an, äh, an, Ding. Sneax, du kriegst Kanye West. Oha. Totti kriegt, Totti kriegt. Lil TJ. Bruder. Verkackst nicht, okay? Du weißt, ich werd sauer. Du weißt, ich werd sauer, wenn du TJ verkackst. Wer wird zuerst? Äh, ja, ich mach zuerst einfach. Also ich nehm, ich nehm von Kanye Stronger. Okay, krass. Interessanter Pick, interessanter Pick. Okay, was nimmst du bei TJ, mein Bruder? Ohn Tick. Okay. Abstimmung läuft, Mutz. Jungs, Mädels, Abstimmung. Oh. Oh, 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 ah. Äh, Sneax, ich fand Stronger war kein guter Pick. Ernst. Ja. Ohne jetzt so auf, äh, Ding, aber ich fand, da gäbe's. Also Chad sagt aber mal ehrlich, es gäbe viel, viel bessere Picks bei, äh, bei Kanye West. 100%. Jo, heute rein. Ciao, ciao. Ich will stream euch noch, ne? Ciao, ciao. Danke, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. W. Sigmar gegen Mila. Sigmar, du kriegst erst einen Pick, okay? Sigmar kriegt Hotboy. Boah, und da musst du jetzt, da musst du jetzt einen rausholen, Digga, bei Hotboy. Sagst du ehrlich? Okay. Mila, du kriegst SSIO, okay. Digga. Schafft's. Ey, wie? Schaffst du? Komm, SSIO ist es. Bin ich sehr, sehr gespannt, was jetzt kommt. Kommentare werden mich auch dick gehaten dafür, dass TJ gewonnen hat, ne, gegen Kanye. Ey, hallo? Ja? Ähm, einmal Goat Talk. Goat Talk von Hotboy. If I get caught up in the storm, I bring a storm the most. Lloyds, he betrayed us, like that pain that hurt the most. Next. Äh, ich nehm Testo eh. Ganja, Versteck, Boch, Butler, Waschbeck. Afghaner, Rap, kein Ballermann, Sex. Pickpacks aus dem Avacad S. Goldring so fett wie Kalamad S. Abstimmung läuft, Abstimmung läuft, Abstimmung läuft. Alter. Ja, Hotboy war schwer, aber trotzdem. Bruder, Sigmar, danke fürs Mitmachen, ja. Aber Hotboy war gut. War ein guter Pick, war ein guter Pick, aber meiner Meinung nach, ja. Luis gegen Hancho. Jetzt ist gleich Halbfinale. Äh. Argo. Boah, er wird, er wird kotzen. Autumn kriegst du. Ja, okay. Gut, dass du nicht direkt reagierst, dass du roten Chat schätzt beleidigt. Hancho kriegt Kendrick Lamar. Oh, cool. Summers gegen Kendrick Lamar. Äh, Mission DNA. Oha, von Kendrick direkt rein, Attacke. I was born like this. I was born like this, born like this. Immaculate conception. I transformed like this, performed like this, without you a new weapon. Nee, ist nicht top 5 Chat, crazy. Hab ich aber auch gedacht. Ich dachte auch, Digga, aber da merkt man einfach, was Kendrick für Banger hat. Ja, ist ja krank, Alter. Okay, Summers. Ja, okay, once, once, once. Once einfach? Okay. Ja. Was sagt die Abstimmung? Ich dachte, wird sehr eindeutig, ne? Scheiße, Mann. Luis, weit gekommen, Hancho. Ab ins Halbfinale mit dir. G-G, Bro. G-G's. Ja, ja. Halbfinale. Vilon gegen Totti. Vor dem Finale-Chat Verlosung. Noch eine Verlosung, bevor das Finale kommt. Vilon, erster Pick, gerade. Vilon kriegt Young Chris. Oh, bitte kann man es damit anfangen, bitte. Ja, ja, safe, safe, safe. Ja, stark, stark. Totti, du kriegst. Totti, du kriegst. Totti kriegt. Rio, der Young OG. Boah. Das wird jetzt tough. Ich habe Excuse Me von Young Chris. Okay. Okay, next. Two legendary Sekunden 40. Das ist... Wir gehen rein. Okay, ey. Tough, tough. Voting Mods. Boah, das sieht ja ganz eindeutig aus, mein Bruder. Diese 808s haben gefickt. Die haben echt gefickt, mein Bruder. Egal, halb so wild. Totti, weiter mit dir, ne? Mhm. Boah, gar nicht überzeugt. So, geht ja nur um 50. Boah, das ist schon mal schlecht. Geht ja nur um 50. Okay, Chat. Das letzte Halbfinale. Hancho gegen Mila. Ersten Pick kriegt Mila. Ladies first. Mila kriegst Black. Oh, da muss jetzt was raushauen. Oh, okay, okay, okay. Hancho kriegt, Hancho kriegt. Oh. Ray, äh, Ding. Ray Srammert. Ich nehme Royal Flush. Royal Flush? Okay. Okay, next. Mila, was hast du bei Black? Ich nehme Cutting Ties. Abstimmung läuft, Chat. Abstimmung läuft. Interessanter Pick. Boah, Mila, du wurdest gebummst. Ja, ich küsse dein Herz. Aber du hast dich echt stark gemacht. Auf Ernst sogar. Gigi's. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mach's gut. Äh, Gigi's. Ey, Finale, Chat. Wir sind im Finale angelangt, ja? Aber, Chat. Vor Finale jetzt losgeht. Nochmal 10er Verlosung. Für die, die einfach am Start sind. Wenn ihr mitmachen wollt, einfach ein W reinschreiben. Wir können auch auslosen, Chat. So, gewonnen hat. 10 Euro, 10 Euro, Chat. Keen, 7. Schreib rein. Ja, er ist da, er ist da, er ist da. Keen, melch bei Vision. Keen, hast du Paypal, ja oder nein? Ja, okay, schreib Vision, top. Schreib Vision. Keen, schreib Vision. Okay, Chat, Finale, Best of Three, ja, Jungs, dass ihr wisst. Passt? Hallo? Passt, ja. Easy, easy, easy. Okay. Totti, erster Pick. Totti, du kriegst Cardi, oh mein Gott. Stuck. Hanschow kriegt. Quavo. Best of Three, ja, ja, Chat, wer zuerst zwei Punkte hat. Ich dicke gespannt, was jetzt hier gepickt wird, Chat. Ich nehm Over. Ich wusste es. Over von Cardi. Nee, ich hab verkackt. Okay, was hast du bei Quavo, Bro? Ähm, Shooters Inside My Crib. Äh, let's go. Mords Abstimmung, bitte. Boah, okay, krass. Chat, der erste Punkt geht an Handschau. Hätte ich nie gedacht. Hättest du auch nicht gedacht. Next. Jetzt kriegst du den ersten Handschau, okay? Handschau kriegt Ufo. Totti kriegt... Totti kriegt... Totti kriegt... Kevin Gates. Soll easy sein. Äh, mich nehmen Love My Life. Love My Life? Ja. Okay, Kevin Gates. Ich nehm Time for that. Ich bin sehr, sehr gespannt. Abstimmung läuft, Chat. Ja, Jungs. Sieht sehr stark danach aus, dass Handschau gewonnen hat, mein Bruder. Totti? Ja, GG. GG. GG's. Aber ich muss sagen, Digga, der Ufo-Pick war bodenlos. Junge, ich hör kein Ufo. Digga, das ist ne Aussage, die akzeptiere ich nicht, Bruder. Aber bei... Das war wirklich Not gegen Elend, Real Talk. Ja, das war Not gegen Elend, Digga. GG's, Jungs. Totti, GG's. Hancho melde dich bei einem meiner Mods. Ich küsse eure Herzen. Danke fürs Mitmachen, ja. War meiner Meinung nach ein sehr, 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 sehr krasses Turnier. Ein sehr, sehr langes Turnier. Ein dickes, großes Turnier, Bruder. Pause. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke an alle, die teilgenommen haben. Hancho hat heute 50 Euro dazugewonnen. War sehr, 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 sehr geil. Ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Danke an alle, die bis hierhin zugeschaut haben. Ich hoffe, euch hat Augs Battle gefallen. Ja, ihr wisst ja, gibt es ab und zu immer in meinen Streams hier und da. Deswegen, kommt gerne in die Streams. Lasst gerne ein Follow auf Twitch. Da lasst hier gerne ein Like, ein Kommentar, ein Abo da. Kostet euch wirklich nichts. Bitte lasst doch einfach ein Satz ein Abo da. Digga, es kostet nichts. Es ist kostenlos ein Knopfdruck. Dreh dein Handy. Anstatt, dass du es jetzt so hast, drehst du es so. Scrollst, abonnieren, like und ein W in die Kommentare. Mehr erwarte ich nicht von dir, ja. Ich küsse eure Herzen, vielen, vielen Dank. Und ja, Augs Battle over. The biggest Augs Battle Tournament is over. Fertig!